und ein herzliches willkommen zurück zu einer weiteren folge von ats und der zweiten folge von unserem schweiltransport so mache ich überhaupt kein mikrofon klebst doch gleich ans bild an dem bildschirm ok 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 dann machen wir das nochmal es ist wirklich ein klanker es ist wirklich ein klanker 2.50 wäre schön wenn wir auch mal 55 fahren dürften aber leider dürften wir immer nur 40 fahren aber was solls das ist aber nur noch 130 meilen die schaffen wir auch mit 40 so jetzt muss ich wieder aussicht hashtag gefällt mir oha rechts runter das hat also busshiro mit seinem lied gemeint verstehe so jetzt wieder gucken wir gegen verkehr und schon wird der wieder so verrückt dass er abbremst mal jungen komm auf den job klar ich muss nur mal ausschwenken bei dem kackauflieger warum kommandieren die eigentlich für meine patrouille immer irgendwelche praktikanten ab ich brauche ausgebildete fachkräfte meine freunde so wird das nichts so eine sehr kurvreiche gegen die halte wie der auflieger halt einfach gerade schon mitten im wald war und das nur weil ich ja nicht so weit nach links gehen darf so ich so w w w w w w So, go straight on. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, wir haben diese Kornetik. Oh, da vorne geht es jetzt mal schon auf die Autobahn, okay. Haben wir wieder die diverse Arschkirche, die uns überholen wollen. Da fordreht man jetzt auch schon darauf. Vor allem, weil dann wieder beim Holen der Polizist vor uns wieder irgendwelche Atemprobleme bekommt und dann wieder ruckartig auf die Bremse drückt, nur weil der andere nicht vorbeizieht. Aber hier ist vorbei, ne, aber doch, sieht gut aus. Dachte schon, da fahr ich nicht mehr, aber hat doch gepasst. So, dürfen wir jetzt hier ein bisschen 50 fahren oder so? Jetzt wird natürlich nein. Klarer Fall. So, noch 18 Meilen. Haben wir es ja fast geschafft. Jetzt wäre natürlich cool, wenn wir durch jede Missionen direkt zu viel XP bekommen, dass wir direkt gleich 20 Level überspringen oder so. Einfach so, bumm. Und dann geht's schon wieder runter von Autobahn. Awww. Exit, right. Ja, 11.000 Euro, können wir eigentlich Kredit hier wegbezahlen, ne? So, bumm, fettig. Wieder was geschafft. Und ist nämlich Level aufgestiegen. Ach, Stephanie, ah, cool. Dann können wir sie auch als, ähm, ausgeglichen. Ich meine, sie ist zwar keine ausgeglichene Persönlichkeit, aber hey. So, Stephanie ist ausgeglichen. Er ist jetzt eigentlich alle ausgeglichen, außer unserer Neuzugang. Sehr krass. Und der ist immerhin auch schon Level 2. Also wird auch langsam was, ne? Dann haben wir hier schon 5.000 Euro pro Mission. Ist schon wesentlich mehr als minus 300. Muss man schon mal so sagen, wie es ist. Und der Fall ist unser Ziel. Aha, sehr geil. Das der Auflieger dabei nicht aufsetzt. So, wie ich Bodenfreiheit wieder hat. Der wäre normalerweise bei der Bodenwelle gerade, wäre locker aufgesetzt. Aber gut. Dadurch ist Physik. So wie wir sie kennen. Was? Ach so. Ja, ja, ist ja gut. Ich wechsle ja schon. Warum eigentlich? Dahinten muss ich doch eh ausschwenken. Also warum wechsle ich da vorliegt jetzt auf die rechte Seite? Ei, 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 ei. Dort sieht doch alles keine Aote. Normalerweise würde ich hier fahren. So fährt man. Außer kommt jetzt Gegenverkehr. So ungefähr. Und jetzt ist schön mit Schmackes hier. Oh ja, so macht man das. Oh, wieviel Schaden haben wir gerade bekommen? Ah, gar keinen. So, hier ist jetzt nicht so viel Platz, aber sollte reichen. Ey, was machen sie denn hier? Ach so, oh Gott. Äh, halt. Wollen wir mal jetzt was gucken hier? Gut, so viel Platz ist jetzt hier nicht. Sollte aber reichen. So genommen. Ach da hinten. Da müssen wir hin? Da kommen wir doch in ihrem Leben hin. Hä? Also da gerade reinzufahren. Also so reinzufahren, dass es den grünen wird. Ein bisschen wir ja, ne? Da müssen wir ja relativ gerade rauf fahren. Wie soll das funktionieren? Ähm, okay. Junge. Wo ist da eine Kollision? Da ist doch locker zwei Zentimeter Platz, Alter. Also ich meine, es sind sogar zehn Zentimeter oder sowas auch da Platz ist. Hör mal diese Alpha-Wende, ey. Ei, 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 ei. Na ja, wieviel Schaden bekommen. So, dann nehmen wir mal hier, jetzt wird es hier, was war noch hier gerade? Wo hängen wir denn jetzt schon wieder? Hä, wo hängen wir denn? Äh. Hallo, wo hängen wir denn? Ich, 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 kein... Ist hier, ist doch alles frei. Nani? Ich bin verwirrt. Oder ist hier eine Alpha-Wand bei den, bei den Peoples hier? Äh, das geht's doch gar nicht. Aber, hallo. Es wird ja besser und besser. Ja. Seht hier von den, von den Personen. Hier ist ein Alpha-Wand. Na, super. Da kommt Freude auf die, sage ich euch doch. Wie sollen wir denn den hier schaffen, den Bedingungen, den gratis zu ziehen? Es wird doch nie im Leben was. Äh. Ich glaube, das wird nix. Ne. Guck mal, wie weit der rechts ist. Keine Chance whatsoever. Er sagt, rückwärtsfahren kannst du auch vergessen. Das funktioniert mit dem Auflieger nicht. Da kannst du nicht so einfach rangieren. Habe ich gerade gespeichert. Also machen wir den hier. Da müssen wir anders reinfahren. Da hat wohl so gar nix. Okay. Hier sind wir noch, noch hier draußen. Geht ja noch. Äh, speichern. Und dann gucken wir mal. Äh, so. Wie machen wir es jetzt am dümmsten? Oder ich versuche erst mal ein bisschen weiter links zu bleiben und dann erst kurz vorm Ende nach rechts zu ziehen. Was, wie, wo, was, wie, wo? Oh, da ist denn unten ein Ding. Na, bei dem ist es auf jeden Fall vorbei. Das wird ein Vergnügen, du. Guckt euch das an, Alter. Das ist ein Kunststück. Die Kamera ist auch ein Kunststück. So, jetzt aber. So, schön weit nach links und dann erst im letzten Moment. Das wird nie im Leben funktionieren. Aber, wobei, doch, könnte klappen. Der Boden ist so hell, dass ich diese Kackmarkierung kaum sehe. So, jetzt muss aber funktionieren. Äh. Weil ich jetzt so weit vorne bin, ne? Ja. Das funktioniert so nicht. Und schon macht der hintere Aufflieger. Wie der einfach macht, was er will. Deswegen, wir können ja nicht rangieren. Also, das funktioniert so nicht. Nee, das ist nicht praktikabel. Von daher, let's go. So. 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 Oh ja. Fast ein halbes Level. Immerhin. So. So. Dann. Müssen wir jetzt mal. Ähm. Mal gucken. Mal gucken. Warte, 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 warte. Jetzt kurz. Also, wir haben jetzt hier Garage Manager. Genau. Die ist voll. Und hier fehlen noch zwei. Wie teuer wäre denn unser LKW? Ähm. Das wäre der. Das wäre so und so. Und dann gucken wir mal. Meine Flotterfiguration. 180.000 Euro. Gut, wir brauchen den endlich in der Ausführung. Sondern, ein bisschen leistungsschwächer kann ja durchaus sein. So würde zum Beispiel. Na ne. Ne, macht keinen Sinn. Also, der Unterbau bleibt auf jeden Fall so. Motor kann aber schwächer sein. Da reicht 500 PS zum Beispiel vollkommen aus. Da ist aber preislich auch keinen so großen Unterschied. Also, wir holen uns auf einmal erstmal Bank von, äh, Bank von der Geld. Klar. Erstmal Geld von der Bank. Ähm. Oh. Dann gucken wir mal. Immer her damit. Immer her damit. Immer her damit. Immer her damit. Einmal zurückzahlen. Einmal zurückzahlen. Einmal zurückzahlen. Einmal zurückzahlen. Her damit. Und her damit. So. Dann schauen wir mal was wir dafür holen können. LKW Händler. Petabyte. Online kaufen. Floppen. Ausführung ändern. Und jetzt erstmal wichtig. Alles was hier drinnen ist. Wobei das sind alles bloß Pfennigartikel. Ich glaube nicht, dass das jetzt so viel bringt. Oh, das ist hier schon. Komm mal schon. Weg. Äh, auch bloß Pfennigartikel. Das gibt 3.000 Euro Laptop. Alter. Oh, 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 oh. So. Unsere Mitarbeiter haben ja ihren eigenen Stuff. Den die mitnehmen. Von daher. Hopp. Getränke geht auch, ne? Machen wir was mal weg hier. So. So. Okay. Also kostet er aber immer noch 170.000, das hat dann also nicht so viel gebracht. Vom Ausnäher, vom Äußeren her würde ich ihn aber eigentlich gerne so lassen. Sieht schon, der soll schon genau so aussehen, sieht schon echt schick aus. Wie gesagt, wo wir noch gucken können, ist bei sowas wie hier, 80 Gänge Gitarra, hm. Das sind eigentlich alles Sachen, die sinnvoll sind, also ich will ihn jetzt auch nicht viel weiter runter schrauben. Ich meine, gut, den Vitaler könnte man vielleicht weglassen, aber das würde dann auch nicht so viel nehmen, obwohl 3.000 Euro mal hin. So. Lotos hat ja schon gehört, ne. Da würde es preislich auch nicht bringen, hier irgendwie runter zu gehen, weil um den fast 100 PS zu klauen, bekommen wir grad mal 5.000 Euro mehr, äh, also, sparen wir grad bei 5.000 Euro ein. Das würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwas bringt. Aber wir kommen auch noch hier. Wenn wir jetzt von den auf den gehen, haben wir fast 6.000 Euro. Das bringt dann doch schon was. Aber viel weiter runter gehe ich auf dem Fall nicht, weil 500 PS sollte schon mindestens sein. Dadurch macht es halt keinen Sinn mehr. Hier macht es preislich auch erst ab hier Sinn. Aber was sind denn Sachen, wo ich sage, ich meine, gut, das hier wäre schon ganz sinnvoll vielleicht. Das ist jetzt auch 6x4. Wobei, ne, das ist jetzt die Short-Variante. Ah, ne, guck mal. Die Long-Variante, ne. Ne, ne. Wir haben jetzt nur noch ein Radantrieb, also eine Achse angetrieben. Da sparen wir aber 5.000 Dollar ein. Das bringt dann doch schon ein bisschen was. Ich wäre vielleicht drauf und dran, das Ding zu entfernen. Da können wir den auch ein bisschen optisch von unseren LKWs, äh, ne auseinander halten. Aber so würde ich ihn jetzt dann lassen. viel mehr klauen. Gut, vielleicht noch ein bisschen bling bling klauen. Das Ding hier ohne Lampen gibt es gar nicht. Hier hast du einen lackierten Tank. Aber die kommen mit dem lackierten Rahmen, aber Chrom-Tank ohne Lampen gibt es gar nicht. Lol. Na gut, dann bleibt es so. Aber ich meine, so sieht es halt schon hässlich aus. Ne, das kann man nicht machen. Das sieht einfach nur hässlich aus. Ne, bleibt so. Okay. Also 154.000. Und, äh, können wir uns ja davon denn zwei holen. Bestätigen. Kaufen. Und du kommst nach da. Und dann noch einmal. So, jetzt folgendes. Wir. Fahrer-Manager. Die beiden ganz topi-top Typen. Die bekommen die beiden neuen LKWs. Die kommen also mit zu mir. Einmal kommst du nach da. Die beiden Philips. Und du kommst nach da. Und dann haben die beiden die bei leistungsstarken LKWs. Und für die beiden, die jetzt frei geworden sind, holen wir uns neue Mitarbeiter. Das wäre dann also einmal noch was hier so hart zur Auswahl. Ah, ein bisschen mehr Front Power. Und dann nehmen wir doch direkt die beiden hier. Einmal du. Ne, das geht nicht. Das geht da hin. Ah, einmal da hin. Und dann einmal die Dame. So. Jetzt haben wir auch ein bisschen was für die Frauenquote getan. Das passt doch. Jetzt habe ich vielleicht auf die Statusplatte geachtet. Ich habe nur gesehen, dass die hier keinen Fernfahrer hat. Aber bei der anderen habe ich da gar nicht drauf geachtet. Was haben die denn so? Fahrer-Manager. Ja, genau. Die hatten beide jeweils ein Level. Okay. Dann ist das doch schon mal ganz geil. Dann müssen wir die hier nur noch dafür auswählen, dass die auch das weiter trainieren. Er hat das auch. Und alle anderen sind ausgeglichen, weil die schon voll ausgelevelt sind. Das ist doch geil. Geil. Ja. So können wir das ganze lassen. Ähm, Garage-Manager. Jetzt sind beide Garagen voll ausgelastet. Frauenquote haben wir auch. Und dann würde ich mal sagen, können wir das ganze so eigentlich speichern. 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 Und. Und wir stehen jetzt gerade. Wo stehen wir eigentlich? Hm. Na komm. Wir stehen hier. Und wir sind nicht ausgeschlafen. So. Dann pennen wir mal. Es ist natürlich wieder mitten in der Nacht. Das heißt, leck mich am Arsch. Wir pennen direkt nochmal. So. Sehr geil. So. Dann speichern wir an dem Punkt jetzt nochmal mit richtig speichern. unserem Speicherstand 1. Und dann machen wir jetzt nochmal Quicksave. So. Und dann soll es das damit erstmal gewesen sein. Beenden. 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 Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder mit ETS. Und. Ja. Dann aber 16 Folgen. Und dann dann. Also erstmal wahrscheinlich mein Test. Wenn das so klappt wie ich hoffe. Dann ETS. Und dann wieder ATS. Ne. Jeweils immer 16 Folgen. Bis dann.